Hey Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute testen wir die Double Power. Ich möchte es noch mal testen als Einzeltest. Und zwar sind sie von 2022 gekauft aus dem Aldi. Preislich lagen wir hier bei 4 Euro, das Paket. Wir haben 10 Bombenrohrinhalten, 3 verschiedene Effekte. Und die NEM beträgt 92 Gramm, sprich 9,2 Gramm pro Bombenrohr und ich finde die lohnt sich eigentlich, so als kleinen Artikel. Aber wir sehen es gleich mal draußen. So Freunde, hier haben wir den Double Power. Ich habe nochmal einen kleinen Verbund gebastelt, so lässt es sich besser sehen. Sohn 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 Ja Freunde, immer noch toll, also die waren mit Abstand die besten. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.